So Uthal ist ein Stadtteil des London Borough of Ealing im Westen von London. Die umliegenden Stadtteile sind Jedding, Heiß, Henwell, Heston, Aunsloh, Greenford und Northolt. So Uthal liegt am Grand Union-Kanal, der London zum ersten Mal mit dem Rest des stetig wachsenden Kanalsystems verbannt. Er war der letzte Kanal, der bis in die 1950er Jahre signifikant zum Transport von Handelswaren benutzt wurde. Außerdem führen die Bahnlinien Great Western Mainline und Heathrow Connect durch So Uthal und verbinden den Stadtteil mit dem Bahnhof Peddington im Westen und in östlicher Richtung mit Reading, Oxford, Newbury und dem Flughafen Heathrow. So Uthal verfügt über nur einen zentral gelegenen Bahnhof. Die Stadt ist eine der am dichtesten von asiatisch-stämmigen Menschen besiedelten Orte außerhalb des indischen Subkontinents. Deshalb ist der Bahnhof So Uthal einer von drei Bahnhöfen in England, die zweisprachig in Englisch und Punjabi beschriftet sind.